Sie haben den Ball. Auf außen ist Platz. Hereingabe. Tor hoch, da zieht der Gerhard Forsten und drin. Der Ball berührt noch den Forsten, aber geht dann rein. Und für einen Augenblick sah es wirklich so aus, als würde er wieder rausspringen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Ja.